Ja, aber das ist halt nicht dein Kontrollbereich, sie zu küssen. Dein Kontrollbereich ist zum Kuss anzusetzen. Sie hat doch Mitspracherecht damit. Und wenn du das halt so umformulierst, so irgendwie, oder du hast ihre Nummer nicht bekommen. So, ja genau, du hast ihre Nummer halt nicht bekommen. Aber du hast halt immerhin dazu angesetzt und vorgeschlagen, Nummern zu tauschen. Wie das aber immer aussah, im Detail können wir das halt auch, gehen wir darauf im Coaching ein, wie du das im besten Fall machst. Ich bin da so herrlich faul und mache es mir da super leicht und bin überhaupt kein Draufgänger, wenn es um sowas geht. Also die paar Videos, die du von mir im Internet siehst, ja, ich kann das, wenn ich das Gefühl habe, hier werde ich gefragt, dann kann ich auch handeln. Dann mache ich was Nötiges. Aber ich muss jetzt nicht die ganze Zeit drauf vorpreschen und lauter Frauen auf der Straße ansprechen. Hey, willst du mir nicht auf ein Date gehen? Willst du mir nicht auf ein Date gehen? Nee, 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 nee. Ich mache es mir leichter. Die Situation, die du gerade beschrieben hast, zum Kuss anzusetzen, das liegt in deiner Kontrolle. Ich mache es mir noch leichter, noch viel leichter. In meiner Kontrolle ist es, Küssen zu thematisieren. Und dann zu gucken, wie sie darauf reagiert. Und dann, genau, kannst du eigentlich gut küssen? Wie gut kannst du küssen? Okay, dann rede ich darüber. Was schätzt du, wie gut ich gut küssen kann? Ganz süß, ganz schüchtern, ganz, ganz, ganz unscheinbar. Dann schau, wie das ankommt. Zum Beispiel dann auch, du siehst so aus, als ob du mich gerade küssen möchtest. Oder was glaubst du, wie gut? Also, wenn Menschen sich küssen, dann glaube ich ja nicht, dass es gute Küsse und schlechte Küsse gibt. Ich denke, es gibt Kompatibilität. Menschen harmonieren gut. Und das zeigt sich dann beim Tanz, beim Sex, beim Kuss oder eben nicht. Und ein guter Küsse gibt es nicht, sondern es gibt eben nur passende Küsse, die auf einer Wellenlänge sind. Und dann hast du das thematisiert. Und dann kannst du anhand von ihren Reaktionen schon viel eher erkennen, ob sie darauf Lust hat, sich mit dir zu küssen oder nicht. Mach es dir leicht. Du hast Kontrolle, mein Lieber. Du hast so viele Möglichkeiten. Natürlich, im Coaching bringen wir dir 1.001 Möglichkeiten bei. Aber diese Fähigkeiten hast du jetzt schon. Du kannst. Mach es dir nicht so schwer, indem du die volle Verantwortung und Schuld auf deine Schultern nimmst, dass du sagst, ich hätte sie küssen sollen. Nonsense. Nonsense, wie Dominik sagt. Nee, brauchst du nicht. Es ist halt ein Tanz. Ihr seid beide im selben Boot. Und ihr wollt beide in die gleiche Richtung. Oder findet heraus, ob ihr beide in die gleiche Richtung wollt. Und wenn nicht, dann seid ihr halt im falschen Boot und sucht euch ein Boot, das euch in eure Richtung bringt. Und daran ist ja auch nichts Verkehrtes. Und das ist halt dann auch der Punkt mit der 50%-Kontrolle. Also du setzt zum Kuss an, äh, Kuss, kommt zum Kuss an. Oder thematisierst das jetzt auch, wie Andi gesagt hat. Das ist alles so, dass das Thema mit ins Boot bringen. Und dann schauen, was sie damit macht. Also es ist eine Einladung. Und weil ihr beide souveräne Menschen seid. Auf diese, das ist ja der Punkt, auf diese Ideen kommst du aber auch erst, wenn du offerst, die Schuld auf deine Schulter zu nehmen. Weil wenn du denkst, es ist meine Schuld, dann hast du Scheuklappen. Also ich hätte es tun sollen. Und bist du komplett auf der falschen Spur, was überhaupt deinen Kontrollbereich angeht. Es war 100% meine Kontrolle, meine Verantwortung. Ich hätte das machen sollen. Nonsense. Sie gehört auch dazu. So, aber weil du schon die Scheuklappen auf hast, da ist kein Spielraum mehr für Möglichkeiten, für Alternativen, dafür kreativ zu sein, wie du denn zum Kuss ansetzen kannst. Wie du das Thema Küssen initiieren kannst. Darauf kommst du erst, wenn du loslässt von der Schuld. Dann werden wir kreativ. Dann werden wir auch kreativ im Gespräch. Was soll ich sagen? Wenn du denkst, es ist meine Verantwortung, die ganze Zeit wie ein Äffchen sie zu entertainen im Gespräch oder beim Chatten, dann bist du genau da auf dem Holzweg. Deswegen bist du nicht kreativ. Deswegen bist du nicht schlagfertig. Deswegen bist du nicht interessant, nicht flirty. Weil du glaubst, du müsstest es sein. Weil du glaubst, wenn du es nicht bist, hast du die Schuld. Aber das ist nicht so. Es ist gut, dass du Verantwortung übernehmen möchtest. Es ist gut, dass du deine 50% der Kontrolle tragen willst. Aber wenn es nach X Versuchen immer noch nicht funktioniert, dann machst du vielleicht einfach etwas verkehrt. Und das ist okay, das ist nicht deine Schuld. Lerne, wie es richtig geht. Flirten kann man lernen, 100%. Flirtelemente kannst du lernen. Du kannst lernen, was die Basisregeln von flirtiger Kommunikation sind. Sei es Vakuum halten, sei es Ja und Regel. Das kannst du alles lernen. Es geht. Es gibt da wirklich keinen Grund, einfach dir selber irgendwie die Schuld zu geben, wenn du irgendwie bei deinen Freunden eingeladen bist. Und alle deine Freunde sind verheiratet. Und die laden dich dazu ein, gerade irgendwie jetzt im Sommer wieder zu grillen und so weiter. Und du bist immer noch Single und dich da einfach schuldig zu fühlen und dich selbst zu geißeln dafür. Und dich da einfach schlecht zu fühlen. Es gibt überhaupt keinen Grund dafür. Du hast die Entscheidungen in deiner Vergangenheit. Also dein Leben jetzt ist die Summe der Entscheidungen, die du in der Vergangenheit getroffen hast. Das ist erstmal die harte Realität. Aber das ist nicht schlimm. Weil das bedeutet einfach, dass du herausgefunden hast, dass du so nicht zu dem Ziel Zweisamkeit gelangst. Das ist doch super. Aber du hast es halt nicht gewusst vorher. Du hast Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen getroffen. Und all die Entscheidungen, die du in den letzten von mir aus 30 Jahren getroffen hast, haben sich vielleicht nach einer guten Idee zu dieser Zeit angehört. Selbst wenn du rational es besser wusstest, in Anführungszeichen, dass du gesagt hast, ja, ich sollte eigentlich schon rausgehen und Frauen ansprechen. Ich sollte eigentlich schon irgendwie, zumindest mich halt irgendwie mehr unter Menschen begeben. Und hast es dann nicht gemacht. Das heißt, du hast es vielleicht gewusst, aber es war noch nicht in deinem Gewissen drin. Es war noch nicht in deinen Emotionen drin. Es war noch keine Weisheit von dir. Und das heißt, es ist noch nicht auf Handlungsebene angekommen. Also hast du es nicht besser gewusst. Und das ist okay. Es ist aber wichtig, dass du das anerkennst. Dass du sagst, okay, das alles habe ich jetzt gemacht in der Vergangenheit. Und das ist okay. Ich kann mir vergeben dafür. Ich muss meine Vergangenheit nicht weitertragen. Weil dann wird meine Vergangenheit auch meine Zukunft. Wenn ich weiter darüber mir die Schuld selber in die Schuhe schiebe und selber mich halt selbst geißel und sage, ich bin so ein Sünder dafür, dass ich das gemacht habe, hätte, sollte und so weiter. Und einfach du in dieser Vergangenheit drin bleibst, dann wird deine Vergangenheit auch deine Zukunft. Und es ist wichtig, dass du die Entscheidung triffst, dass deine Vergangenheit deine Vergangenheit bleibt. Und du jetzt eine neue Zukunft schreibst. Das ist deine Entscheidung. Du hast 100% Verantwortung und 100% Kontrolle darüber, dass du diese Entscheidung triffst. Niemand anderes. Leg los. Leg los. ... ...